Musik Dass sie einfach mal sehen, so ganz so weit weg ist das, was die da oben machen, auch nicht. Dass auch mal Amateurreiter die Möglichkeit haben. Die Reiter sind unheimlich engagiert. Das motiviert unwahrscheinlich. Immer noch eine Wahnsinnschance, die einem da gegeben wird. Für mich habe ich gelernt, dass ich mir deutlich mehr zutrauen kann. Zu realisieren, dass man gerade eine Anweisung von der Bundestrainerin bekommt. In dem Moment, das war Wahnsinn. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020